Aho ihr Lieben, hier ist wieder euer Stammesführer. Wie du sicherlich merkst, wechselt sich eben nun auch bei mir die Jahreszeit ein wenig. Und deshalb bin ich nun nach drinnen umgezogen. Sollte nur eine kleine Information für euch sein und nun zum eigentlichen Video. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du nur eine Rolle in einem ganz großen Spiel spielst, das andere eben für dich geschrieben haben? Ein Leben, in dem deine Entscheidungen und dein Alltag von unsichtbaren Fäden kontrolliert werden. Die dir vorschreiben, wie du zu leben hast und wie das ausschauen soll. Die Matrix hält uns alle in einem Netz fest, was mit Erwartungen, Pflichten, äußerlichen Einschränkungen gesponnen ist. Doch was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich genau aus diesem Netz zu befreien und dein eigenes Leben frei zu gestalten? Frei von Zwängen, voller Selbstbestimmung und in Harmonie mit den Kräften und dem Einklang der Natur. In diesem Video teile ich dir jetzt die Schritte, die mich dazu gebracht haben, mich vollständig von der Matrix und den Fängen hier eben zu lösen. Es war keine leichte Reise. Sie begann tief in meinem Inneren und damals mit der Aufgabe meines Fitnessunternehmens. Doch mit der richtigen Herangehensweise, der Unterstützung der spirituellen Naturkräfte und der ganzen Helfer, die ich dort eben noch gefunden habe, und der Bereitschaft, wirklich tief in meine eigene energetische und geistige Stärke einzutauchen, habe ich es jetzt wirklich geschafft, ein Leben zu führen, das jenseits der üblichen Systeme bzw. der kompletten Matrix liegt. Heute möchte ich dir zeigen, wie auch du diese Reise antreten kannst. Lass uns gemeinsam erkunden, wie du dein Leben erschaffen kannst, das dir gehört und nicht nur von äußeren Mächten eben bestimmt wird, wirklich völlig selbstbestimmt. Viele Menschen machen einfach irgendwo den Fehler und spüren das Bedürfnis nach Freiheit und suchen nach irgendwelchen Wegen, sich eben aus der Matrix zu lösen. Doch in den meisten Fällen beginnen sie mit oberflächlichen Maßnahmen, die den Kern des Problems nicht mal berühren oder überhaupt angehen. Ein häufig begangener Fehler ist eben, dass sie glauben, sich alleine durch die materielle Veränderung befreien zu können. Das funktioniert aber so nicht. Etwa indem sie versuchen, weniger zu arbeiten, ein weniger sparsamer zu leben oder sich auch oberflächlich mit Selbsthilfetipps oder irgendwas dergleichen zu beschäftigen. Diese Ansätze können auch wirklich kurzfristige Entlastung bieten. Das ist alles gut. Ich will das nicht schlecht machen, sind aber auf Dauer eben nicht nachhaltig. Denn wenn du weiterhin dieselben Denkmuster und deine energetischen Blockaden in dir trägst, wirst du immer wieder dieselben Muster in dir aufrufen und in sie zurückfallen, die dich in deiner Matrix eben dann dauerhaft gefangen halten. Oder ein anderer Fehler, der oft begangen wird, ist Vertrauen auf rein intellektuelle und materielle Lösungen. Die meisten Menschen, die versuchen einfach nur das System mit den gleichen Gedanken zu umgehen, die es erschaffen haben. Aber das bringt doch nichts und ignorieren dabei, dass die echte Freiheit viel mehr ist, als nur irgendwie finanzielle Unabhängigkeit oder zeitlicher Wohlstand, wie auch immer man es nennen mag. Echte Freiheit beginnt tief im Inneren und vor allem auch im Herzen und sie fordert eine Transformation, die Körper, Geist und Seele umfasst und wie ich es auch nenne, einfach den gesamten Avatar vereinen. Viele scheuen jedoch diese intensive innere Arbeit, weil sie unbequem ist und ihre Schatten ans Licht bringt. Doch genau hier liegt der Schlüssel zu der echten Befreiung. Ohne innere Reinigung und Entgiftung bleiben wir einfach dauerhaft an den unsichtbaren Ketten, die uns eben zurückhalten. Selbst wenn wir äußerlich frei erscheinen, dann sind wir noch lange nicht frei. Das ist eben auch ein häufiger Fehler, zu versuchen, diesen Weg ohne zur Unterstützung zu gehen. Also man darf sich da ruhig unterstützen lassen. Viele unterschätzen die Macht und den Wert von spirituellen Naturkräften, einer glasklaren Struktur von diversen Begleitern, die dies eben alles schon durchlebt haben, die einen auf diesem Weg eben unterstützen können. Sie bleiben komplett isoliert in ihren Streben, und oft von Zweifeln, Ängsten, Rückschlägen oder irgendwas dergleichen geplagt, diese am Ende eben wieder zurück in die Matrix und in das alte System überführen. Doch die Reise der Freiheit, die muss alleine gegangen werden. Also jeder muss das für sich machen. Es gibt eben Kräfte und Wege, die dich dabei unterstützen. Oder auch Mentoren. Und es ist wichtig, eben diese anzuerkennen und auch zu nutzen. Das ist wirklich wichtig. Versteht das bitte. Weil die Lösung liegt in einem tiefgreifenden, ganzheitlichen Prozess, der auf mehreren Ebenen dann wirkt. Es geht darum, zuerst die energetischen und die geistigen Stärken zu entwickeln, die eben notwendig sind, um die alte, tief verwurzelte Struktur und die alten Muster komplett loszulassen und neue Wege eben dann zu gehen. Dieser Prozess beginnt eben damit, dass wir uns von den energetischen und emotionalen Lasten komplett befreien und sie einfach nur abstoßen, die sich einfach über Jahre in uns angesammelt haben. Stell dir einfach mal diesen Schritt als eine Art energetische Reinigung vor, bei der alles, was uns nicht dient, aus unserem System entfernt wird. Hier geht es eben darum, innere Blockaden aufzulösen und uns von alten Glaubenssätzen zu befreien und unsere wahre Kraft, unser wahres seelisches Potenzial, den Seelenauftrag, zu entfalten. Ein essentieller Teil eben dieser Lösung ist wiederum auch die Entgiftung und die Optimierung des Körpers. Denn unser physisches Wohlbefinden ist direkt mit unserem geistigen Einklang und mit der ganzen Klarheit verbunden. Und unsere Fähigkeiten, die neuen Wege zu gehen, hängen von dem Kompletten ab und nur wenn eben unser Körper frei von diesen Giften und Belastungen ist, können wir wirklich klar und kraftvoll handeln. Es geht eben darum, den Körper zu einem reinen und starken Fundament für die Reise zu machen, das dich mit der nötigen Energie und Stabilität versorgt, um eben die Herausforderungen, die auf so einen Weg kommen können, zu meistern, um dich eben in wahre Freiheit bringen zu können. Und der letzte Schritt in diesem kompletten Lösungsprozess besteht eben darin, eine völlig neue Denkweise und Denkstruktur zu entwickeln, die unabhängig von den gesellschaftlichen Mustern und Begrenzungen eben ist. Hierbei spielt, ja, das Einlassen auf spirituelle Naturkräfte eben auch eine zentrale Rolle. Sie können uns eben die Weisheit und die Unterstützung geben, die wir eben dringend benötigen auf so einem Weg, um die Reise zu meistern. Durch die bewusste Verbindung mit diesen Kräften können wir eine sehr starke innere Führung und Stabilität für uns selbst entwickeln, die uns dann eben immer hilft, unabhängig von äußeren Einflüssen, unserer eigenen, ja, Blockaden, wiederum doch den Weg dann hier zu finden. Und meine Methode setzt eben, ja, genau hier an. Auf meiner Reise eben zur Freiheit habe ich eine einzigartige Methodik entwickelt, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und den Avatar quasi komplett vereinen und verbinden. Und, ja, uns dabei hilft, uns vollständig mit den richtigen Schritten aus der Matrix und von dem ganzen System zu lösen. Der erste Schritt meiner Methode konzentriert sich eben darauf, ja, dass man erstmal die Stärkung und die Reinigung des kompletten energetischen Systems und der geistigen Ebene eben wieder freilegt. Und, ja, man beginnt da mit intensiven Übungen, die wiederum helfen, meine eigene Energetik zu stärken und mich eben von den Blockaden zu befreien. Und das habe ich eben getan. Und durch die spirituellen Helfer der Natur sowie spezielle Praktiken der Geisteilungen konnte ich alle alten Wunden heilen und mich von negativen Energien und allem Ballast komplett befreien, die mich einfach daran gehindert haben, mein volles Potenzial zu entfalten. Und, ja, das wollte ich einfach nicht mehr. Es ist, ja, diese innere Transformation, die uns die Kraft und den Mut eben gibt, wirklich neue Wege zu gehen und uns von den Ketten der Matrix und des Systems komplett zu lösen. Ein ganz bedeutender Bestandteil meiner Methode ist eben auch die Arbeit noch mit den spirituellen Naturkräften. Diese Kräfte stehen uns eben immer zur Verfügung und bieten uns eine immense Unterstützung. Und sie waren auch schon immer da. Das ist altes Wissen. Und wenn wir eben bereit sind, uns auf sie einzulassen, dann helfen sie uns eben dabei, Klarheit, Stabilität und den Mut zu finden, ja, eben so einen Weg mit festen Schritten eben voranzugehen, wenn wir es mal so nennen werden, nennen wollen. Die Verbindung mit diesen Kräften hat es mir eben auch ermöglicht, nicht nur energetisches, sondern eben auch praktische Herausforderungen mit einer, ja, wie sagt man es, mit einer neuen Stärke eben zu bewältigen. Und ich möchte dir eben zeigen, wie du ebenfalls eine tiefe Verbindung zu diesen Kräften aufbauen kannst, um deine eigene, ja, Transformation komplett dabei zu unterstützen und voranzutreiben. Nach der energetischen und geistigen Arbeit folgte die intensive physische Entgiftung und Optimierung meines Systems damals und des kompletten Körpers. Und genauso würde ich es euch eben auch zeigen und empfehlen und durch gezielte Techniken und eine bewusste Ernährung konnte ich eben meinen kompletten Körper von allen Belastungen reinigen, die mich eben gebunden und, ja, schlach gehalten haben. Diese Entgiftung hat nicht eben nur meinen kompletten Körper und meinen kompletten Avatar eben, wie ich es auch nenne, gestärkt, sondern auch mein Geist klarer gemacht, sodass ich eben die ganzen Herausforderungen des Lebens mit einer neuen Kraft angehen konnte. Und, ja, deshalb eben auch zum Beispiel gerade hier bin und dieses Video hier für euch mache. Schließlich entwickle ich eben auch abstrakte Denkweisen und Sichtweisen, die mir eben dabei geholfen haben, mich von den ganzen Denkmustern der Matrix und des kompletten Systems hier dann komplett geistig zu befreien. Ich lernte eben außerhalb des Systems zu denken und Wege zu finden, die vollkommen unabhängig und selbstbestimmt sind. Ohne deren, ja, menschenunwürdigen Verträgen der Handelsgesellschaft oder auch Zwinker-Zwinker BRD genannt, falls ihr versteht, was ich meine. Es ist eben die Veränderung des Bewusstseins, die es mir ermöglicht hat, ein völlig neues und absolut selbstbestimmtes Leben zu erschaffen. Ein Leben, das ich mit einem legalen, steuerfreien Unternehmen so gesehen gestalten konnte und das mir eben die Freiheit gibt, meine Bestimmungen zu leben. Dies ist ein Weg, den ich nun anderen Menschen eben auch zeigen möchte, die ebenfalls das Bedürfnis verspüren und haben, unabhängig und frei zu sein. Ja, und wenn eben auch du dich nach dieser Freiheit sehnst, lade ich dich ein, diesen Weg gemeinsam mit mir zu gehen, die Reise anzutreten und die Reise zur Selbstbestimmung und zur, ja, Entfesselung oder Entwicklung aus der Matrix zu beginnen. Mit einem ersten Schritt, einem Schritt, der dich deinem wahren selbst näher bringt und dir deine Freiheit wiedergibt. Dein eigenes Leben zu gestalten mit deinem Seelenplan und deiner wahren Bestimmung. In einem privaten Gespräch zeige ich dir, wie auch du energetisch die Stärke, die geistige Klarheit und die körperliche Gesundheit entwickeln kannst, die hierfür notwendig sind, um dich aus der Matrix komplett ausbrechen zu lassen. Trag dich hierfür gerne unten bei dem Link auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein und kommentiere mit Freiheit unter diesem Video, um zu zeigen, dass du bereit bist, diesen Weg jetzt einzuschlagen und dein Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen und teile dieses Video bitte mit allen Menschen, die ebenfalls auf der Suche nach ihrer eigenen Unabhängigkeit sind. Gemeinsam können wir eine Bewegung schaffen, die komplett die Matrix verlassen und ein neues, absolut selbstbestimmtes Leben erschaffen können. Für sich selbst und für die ganze Menschheitsfamilie. Und vergiss nicht, die Freiheit und dein selbstbestimmtes Leben ist nicht nur ein Schritt entfernt, sondern kann jetzt beginnen. Ahoi ihr Lieben, wir sehen uns.